Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und ich heiße euch willkommen zum Unboxing des Ninebot D38D. Ja, dieser E-Scooter, der gehört meiner Frau und wie es dazu gekommen ist, da gibt es eine ganz interessante Story. Am gestrigen Freitag hat es kurz vor 10 Uhr an der Tür geklingelt und da stand die Post mit diesem Brief hier. Der war adressiert an meine Frau und da ich nicht einfach so an ihre Post gehe, habe ich sie dann angerufen und gefragt, ob ich den öffnen soll. Ich habe den beschrieben und gesagt, er sieht komisch aus. Ja, dann haben wir den gemeinsam am Telefon geöffnet und da drinnen war dann der kleine Brief. Sehr geehrte Frau Punkt, 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 Sie haben Ihre Chance wahrgenommen und an unserem bewegenden Gewinnspiel teilgenommen. Gleichzeitig haben Sie auch Ihr Einverständnis gegeben, dass wir Sie zukünftig kontaktieren dürfen, wenn wir für Sie relevante Produkte und Services haben. Und schon zahlt sich das für Sie aus, denn unter allen Teilnehmern wurden Sie als Gewinnerin gezogen. Wir gratulieren Ihnen sehr herzlich zum Gewinn eines E-Scooter-Gutscheins. Also meine Frau hat an einem Gewinnspiel bei der Sparkasse Köln-Bonn teilgenommen und gewonnen. Einen E-Scooter-Gutschein. Ja, bekommen haben wir letztendlich einen Gutschein von der Firma Fahrradfeld XXL. Das ist ein sehr großer Fahrradhändler hier in der Gegend. Ich glaube, der ist auch deutschlandweit aktiv und die verkaufen halt auch E-Scooter. Ja, der Gutschein hatte einen Wert von 1.500 Euro, was wirklich eine ganze Menge ist. Vielen Dank dafür. Und der Gutschein, der ist nicht eingegrenzt gewesen auf irgendeine bestimmte Produktgruppe. Und ja, meine Frau ist jetzt nicht so der Fan von E-Scootern. Sie hat halt an dem Gewinnspiel teilgenommen, aber hat auch nicht damit gerechnet, dass sie gewinnen würde. Und so zeige ich euch jetzt mal, was meine Frau sich von dem Gutschein gekauft hat. Ja, meine Frau hat sich von dem Gutschein hier dieses Fahrrad gekauft. Das ist ein Giant Tourer LDS. Mit diesem Fahrrad sind wir damals vor zwei Jahren auch Fehmarn gefahren. Also meine Frau hatte sich ein normales Fahrrad ausgeliehen. Und ich habe ja quasi die E-Bike-Version davon mir ausgeliehen. Da gibt es ja auch ein Video auf meinem Kanal. Es ist ein ganz normales Fahrrad, kein E-Bike. Also hat es für meinen Kanal jetzt nicht so die Relevanz. Aber meine Frau freut sich natürlich riesig über den Gewinn. Ja, meine ältere Tochter, die brauchte noch einen Roller für die Schule. Das ist der hier. Ein Mumie oder so. Der kostet 69 Euro. Den hat sie im Laden ausprobieren können und der hat ihr ganz gut gefallen. Ja, und dann war tatsächlich noch genug Geld übrig, um auch noch einen E-Scooter davon zu kaufen. Und da ist es jetzt hier der Ninebot D38D geworden. Der ist rot und das passt ja ganz gut zur Sparkasse. Und ja, bei Fahrradfeld, da gibt es diverse E-Scooter. Aber nicht so die Marken, die jetzt im Moment im Trend sind, würde ich mal sagen. Da gibt es vor allem ältere Sachen, sowas wie den BMW X2 City oder den Mads Mover, die halt sehr teuer sind. Und letztendlich finde ich das Geld nicht so ganz rechtfertigen. Dann hatten sie noch Scooter von Velux da. Und noch diverse Scooter von der Firma Mikro. Ja, ich habe meine Frau natürlich beraten und am sinnvollsten fand ich jetzt tatsächlich den Ninebot D38D. Ja, dieser Scooter, ich hatte schon mal so einen ähnlichen Scooter hier auf dem Kanal, den Ninebot F30D. Und bei Fahrradfeld, da gab es den F40D daneben. Da konnte ich die mal direkt nebeneinander vergleichen. Der D38D hat etwas schmalere Reifen. Das ist mir im Laden aufgefallen. Und er hat hinten eine Trommelbremse anstatt einer Scheibenbremse. Weitere Unterschiede sind die Reichweitenangabe. Der ist ja hier mit 38 Kilometern angegeben. Während der Ninebot F40D mit 40 Kilometern angegeben ist. Das verstehe ich allerdings nicht, weil der gleiche Motor vorhanden ist und auch die gleiche Akkukapazität. Also wo die zwei Kilometer Unterschied herkommen sollen, das kann ich mir nicht erklären. Der D38D ist ein bisschen leichter, 800 Gramm, als der F40D. Und wie schon erwähnt, er hat hinten die Trommelbremse. Ob es noch weitere Unterschiede gibt, das sehen wir dann gleich beim Unboxing. Ja, dann hat man uns hier noch so einen Fahrradpass ausgestellt. Da gibt es 50% Rabatt auf die Erstinspektion. Das machen die halt bei allen größeren Geräten, die die verkaufen. Ich finde das jetzt im Rahmen eines E-Scooters nicht so sinnvoll, weil das Gerät kann man ja auch online bestellen. Da hat man das ja dann auch nicht. Der Karton hat hier auf der Rückseite noch ein paar ganz nette Bilder. Auf der Oberseite sieht man, wie man das Gerät auspacken soll und schon erste Hinweise. Vier bis sechs Schrauben muss man dort reinschrauben. Hier vorne stehen ein paar Details über das Gerät dran. 38 Kilometer Reichweite, 350 Watt Motor. Kann also gut sein, dass der sogar ein bisschen besser performt als der Ninebot F30D, den ich schon hier hatte. 20 kmh fährt der maximale Steigung 20%. Das weiß ich nicht. Also bei mir glaube ich das nicht. 10 Zoll Luftreifen mit Schlauch. Das ist ein Unterschied. Beim F30D, das waren schlauchlose Reifen, also bei der F-Serie. Ja, und hinten halt eine Trommelbremse. Ich werde jetzt hier erstmal die Bänder abmachen und mir die weglegen. Ja, dann wollen wir einmal in den Karton hineinschauen. Ja, und ich habe das schon auf anderen Kanälen gesehen. Warnung, keine Manipulation. Ninebot legt jetzt immer solche Zettel den Produkten bei. Wenn man das Gerät manipuliert, zum Beispiel durch Firmware-Upgrades, die nicht erlaubt sind, dann erlöscht jegliche Gewährleistung. Das Produkt verliert seine allgemeine Betriebserlaubnis und die Versicherung wird im Falle eines Unfalls nicht greifen. Das stimmt sicherlich, wenn man es nachweisen kann. Ja, dann haben wir hier die ABE. Technisch zulässige Gesamtmasse 120 kg. Das heißt, wir haben hier eine Zuladung von 103, irgendwas kg. Ja, dann gibt es hier noch so ein Tütchen. Da drin befinden sich ein paar Sachen. Eine Schlauchverlängerung, wir haben hier Luftreifen. Ein Montagewerkzeug, das ist immer bei Ninebot sehr schön. Fünf Schrauben, ich denke wir werden vier brauchen. Und diverse Anleitungen und Heftchen. EU-Konfirmitätserklärung, Handbuch, noch ein Handbuch, wichtige Informationen und irgendwas mit Garantie. Ja, dann schauen wir einmal hier von oben rein. Das kann ich schon mal abmachen. Hier befindet sich der Lenker. Auf der anderen Seite müsste sich hier der Klappmechanismus befinden. Ja, das stecke ich hier alles schon mal rein. Das Kabel ist schon verbunden. Hier ist noch ein Zettel, der hier dran hängt. Da wird der Klappmechanismus erklärt. Dann haben wir hier noch ein Tütchen. Darin befindet sich der EU-Stecker. Und hier befindet sich ein kleines Netzteil. Wir laden mit 41 Volt und 1,7 Ampere. Ja, die 41 Volt sind ein bisschen komisch. Eigentlich lädt man ja bis 42 Volt auf. Und 1,7 Ampere ist ein bisschen unterdurchschnittlich. So 2 Ampere ist ja Standard. Damit kann man den Scooter in sechs Stunden aufladen. Ja, dann gibt es hier noch mehr Styropor. Und jetzt müsste ich den Scooter eigentlich rausheben können. 16 Kilo ist ja nicht so viel. Ja, da steht ja der Ninebot D38D. Schön im Sparkassen rot. Ja, ich werde schnell den Lenker anschrauben. Ja, Ninebot legt da ein wirklich sehr gutes Werkzeug bei. Das klappt wunderbar. Ja, dann wollen wir uns den Scooter einmal aus der Nähe anschauen. Ja, zunächst mal nochmal kurz das mitgelieferte Zubehör. Das sind die Schrauben. Hier das zugehörige Werkzeug. Die Datenbestätigung. Fünf Handbücher. Das Ladegerät. Ein EU-Stecker. Und eine Schlauchverlängerung. Damit man mit bestimmten Pumpen an die Reifen rankommt. Im hinteren Bereich haben wir eine 10 Zoll Luftbereifung mit Schlauch. Wir haben 10 x 2,125 Zoll Reifen. Ich finde sehr gut, dass hier diese Strebe vorhanden ist, die das Schutzblech so ein bisschen stabilisiert. Und wir haben hier hinten eine Trommelbremse. Hier finden wir die vorgeschriebenen Reflektoren. Und hier sehen wir das Rücklicht. Das hier oben gehört zum Klappmechanismus. Hier an der Seite steht dran, Ninebot Simply Moving. Hier sehen wir den Ständer. Der sieht auch ordentlich aus. Hier vorne versteckt sich die Ladeportabdeckung. Das ist genau wie bei der F-Serie. Auf dem Trittbrett steht ein Ninebot drauf. Und darunter befindet sich ein 36 Volt Akku mit 10,2 Amperestunden. Im Vorderrad befindet sich der 350 Watt Motor. Wir haben hier ebenfalls eine 10 x 1,25 Luftbereifung mit Schlauch. Hier haben wir den vorderen Reflektor. Hier an der Seite kommen zwei Kabel raus. Hier sind irgendwelche Klebereste vorhanden. Hier sehen wir den Klappmechanismus. Den zeige ich euch gleich im Detail. Und hier ist das Motorkabel, was nach vorne geht. An dieser Seite finden wir das Typenschild, was die Geräte in Deutschland haben müssen. Hier sehen wir das Hinterrad von der anderen Seite. Hier ist der Lufteinlass. Im Vorderreifen ist der Lufteinlass hier vorhanden. Da könnte es manchmal mit einigen Punkten ein bisschen eng werden. Deswegen gibt es diese Schlauchverlängerung. Ich zeige euch jetzt einmal, wie man das Gerät zusammenklappt und wie man es danach wieder auseinanderklappt. Hier gibt es diesen Hebel. Der hat noch einen kleineren Hebel. Den muss man hochziehen. Dann kann man das Ganze umklappen. Hier vorne gibt es so eine Stellung. Da muss man auch noch rüber. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man das Ganze nach hinten umlegen. Das rastet hier hinten am Lenker ein. Und schon kann man das Gerät anheben. Mit 16,4 Kilogramm haben wir hier ein sehr leichtes Gerät. Wenn man den Schwerpunkt gefunden hat, dann kann man das sehr schön anheben. Zum Auseinanderklappen muss man hier den Hebel hoch machen. Das rastet da vorne allein ein. Und dann kann man das Ganze schon verriegeln. Und schon kann man losfahren. Hier an der Lenkstange befinden sich noch diverse Aufkleber. Die könnte man abmachen. Hier oben, den sollte man auf jeden Fall abmachen. Sonst kann man ja das Display nicht erkennen. Dann schauen wir uns einmal den Lenker an. Hier links ist der Bremshebel. Der bedient hinten die Trommelbremse. Und die elektrische Bremse im Frontmotor. Hier haben wir die Klingel. Der Haken, der gehört auch zum Klappmechanismus. Auf der rechten Seite haben wir das Daumengas. Schön finde ich, dass man hier Platz hat, um ein paar Geräte ranzuhängen, wie Handyhalterung und Ähnliches. Ja, mit der Taste hier kann man das Gerät einschalten. Wir sind jetzt hier im Drive-Modus. Er piepst. Den muss man noch aktivieren. Und ich kann aktuell auch nichts machen, außer das Licht einzuschalten. Das Licht ist hier vorne in der Lenkstange integriert. Die hintere Beleuchtung sieht so aus. Wir haben keine Bremslichtfunktion und auch keine Blinker. Ja, um das Gerät jetzt zu aktivieren, dazu nehme ich das Scooter Haken Utility. Dazu öffne ich jetzt die App. Er sagt, er kann meinen Scooter nicht sehen. Den schalte ich jetzt natürlich ein. Dann wird er auch sofort gefunden. Jetzt sagt er mir, das Fahrzeug ist noch nicht aktiviert. Ja, ich möchte das Fahrzeug aktivieren. Und schon hat man das Ganze erledigt. Jetzt sollte ich hier im Display ein paar mehr Optionen haben. Mit einem Doppelklick kann ich jetzt die Fahrstufen durchschalten. Wir haben hier Eco, Drive oder Default und Sport. Die blinkende Lampe zeigt an, dass wir jetzt ca. 70% Akku-Restleistung haben. Ja, dann schauen wir uns einmal die Maße an. Das Trittbrett hat eine Breite von 15 cm und eine Länge von 48 cm, würde ich sagen. Der Lenker hat eine Breite von ebenfalls 48 cm. Die Lenkerhöhe, gemessen vom Trittbrett aus, ist bei knapp über einen Meter. Bevor ich eine Probefahrt mache, da gucke ich erstmal nach dem Luftdruck. Dazu nehme ich natürlich den Xiaomi Luftkompressor. Im Vorderreifen sind 2 Bar drin. Ich denke, dass ich hier mit 2,8 Bar ganz gut fahren kann. Im Hinterrad sind 1,8 Bar drin. Ja, dann wird es Zeit für eine erste kleine Probefahrt. Ich fahre wie immer in die Küche. Ja, die Beschleunigung ist gar nicht schlecht. Ich mache mal die Lampen an und fahre zurück. Ja, ganz schlecht. Ja, sowie zum Unboxing des Ninebot D38D. Ich finde, das ist doch ein schöner kleiner E-Scooter. Ja, dann vielen Dank an meine Frau für die Bereitstellung des E-Scooters. Und vielen Dank auch an die Sparkasse Köln-Bonn, die dieses Video hier möglich gemacht hat. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020